Oh man ey. Sieht jetzt cool aus. Ich wäre brav mit 3DM erst, mit TWS. Haben wir TWS dabei? Sehr schön. Ja, zwei Spiele. Hätten wir fast nur S50 am Start haben sollen. Ja, dann wären wir auch gut dabei. Aber sind wir auch so schon. Wer springt runter? Tu's nicht. Da passiert nix. Ups, Vorsicht. Moment, sie ein bisschen absprechen. Oh oh. Zombies? Zombies auch noch. Frag nicht wo die Brücke hin, da flippst du das Auto. Frag langsam. Ich fahr ein bisschen voraus, um zu schauen wo der ist eventuell. Wir fahren hinter rum. Ja, wir fahren über die Reise. Ach, da war's grad. Ja, ich hab's. Ist ja mal weggefahren, ich blute. Ja, aber du bist noch nicht umgedreht bei mir. Doch, bei mir ist. Frag mal, wenn du jetzt einsteigstatt dreht sich so hoch wahrscheinlich. Wir müssen's zweimal machen. Wir lassen doch ran. Wir müssen's zweimal machen. Okay, er ist an der Köstel. Erst blubzack, ne? Ja, er ist hinter dem, er ist hinter dem, äh, Absperrung. Siehst du das? Was? Was scherzt? Bei mir, bei uns das. Dort läuft er, siehst du das hinter der Absperrung? Guck mal, du fährst einfach. Wo, wo? Genau vor uns. Soll ich den abknallen oder was? Ja, mach ihn platt. Jetzt rechts. Warte. Du, für mich ist das Auto in der Luft auf dem Kopf. Steig mal ein. Ja, dann schau dich. Da ist er. Ich kann nicht einsteigen. Du bist ein paar, du mal weg. Oder, weiter. Er hat Beine gebrochen. Ja. Ich hab auch Beine gebrochen. Ey. Das Auto bounced bei mir in der Luft. Wer schießt da? Ich schieß, ich schieß. Auf Zombies wär ich. Ich steig aus, wenn man was mit der Fall ist. Steig ein in den Auto. Ich geh jetzt schon wieder nach Fehlschlag für euch. Steig ein in den Auto oder so. Im Wagen. Okay, ich bin drinnen in einem. Okay. Grün. Nein, rot. Rot war der. Ah, dann ist das nicht. Auf jeden Fall haben sie dem Seppo dann die ganze Zeit angeboten, dass sie sich treffen und er ihm den Humvee für, erst hat er gesagt, vier Briefcase verkauft. Dann hat der Seppo gesagt, nee, viel Spaß. Dann hat er zwei angeboten und am Ende hat der Seppo dann gesagt, für einen nehme ich ihn wieder. Und dann hat er gesagt, ja Halli treffen wir uns, aber dann war es schon glaube ich halbe zwei und der Seppo dann um fünf Uhr aufstehen müssen. Und dann halt okay. Ja, aber die verliehen jeden Tag so viel Fahrzeug. Ich hab keinen Bock drauf. Flivi hast einen Pick gemacht. Aber logisch. Ja. Okay, also alle sammeln. Aufsitzen, lieber die Feuerwehr. Boah, mach doch mal. Sagen, oder? Weil unten sind halt doch viele New Spawns und das ist doch langweilig. Dann hätten wir jetzt hier die Straße links auch fahren müssen. Ja. Ja. Also wir fahren kurz mal geradeaus hier. Der SCV vor euch. Und fährt einen anderen Weg dann da hin. Muss mal kurz die Taschen leer machen. Ja gut, dann komm, wir fahren so rum. Also ich bin sogar noch schneller im Osten als ihr. Du bist ein ganz toller. Ja, ihr fahrt ja mit dem Humvee. Deswegen. Udo, das hat damit nichts zu tun, Kollege. Aber trotzdem, gell? Ja, ich weiß. Ja, ist auch wirklich so, aber... Oh! Humvee! Oh, die sind wir eigentlich. Sorry. Noch kein Humvee? Verdammt, ich kann nicht. Fahr, fahr, fahr. Fahr, fahr, fahr. Fahr, fahr, fahr. Fahr, fahr. Ja. Da läuft einer, oder? Die, die. Okay. Rechts, Stefan. Oh, hier sind Fotze. Hier mit dem, mit dem... Die sind in der Scheune drin, wahrscheinlich. In der Holzscheune. Soll ich die Wecken schon tot? Na ja, lass mal. Okay, gucken wir, ob sie was haben. Die. Habt ihr sie erwischt? Ja, tot. Alle aus. Zwei, zwei sind gestorben gerade. Ich weiß nicht, ob beide das... Ich steig jetzt nicht aus. Ich bin ja dann ein Opfer. Ja, dann steig ich aus, okay? Ich steig jetzt auch. Chessna. Ja. Kann schon, kann schon. Zwei, die. Pizze, ich bin gerade runter. Richtung Gorka, so ein bisschen. Einfach querfelder ein. Links. Strich links vor uns. Vor uns. Okay. Soll ich einhalten, Stich? Ja, ich stehe sie nicht. Auf zwölf Uhr. Soll ich schießen, oder was? Oben, oben. Zwei Uhr. Geht runter, oder? Es ist viel zu weit gleich. Seid ihr gerade in Gorka? Ja. Kurz vor. Gut, wir fliegen jetzt gerade... Äh, wir fliegen. Wir fangen jetzt auch gerade Gorka rein gleich. Jetzt wissen sie auf jeden Fall, wo wir sind. Warum willst du den Gorka einmal drauf? Nee, nee. Haben wir? Kratos rund, oder? Ja, wir sind gleich da. 200 Meter. Udo, versuch mal das Humvee zu entschärfen. Das hört sich jedes Mal an, als wenn der Humvee gleich kommt. Okay. Kommt er wieder? Ja, der kommt wieder. Wo ist denn er? Fliegt jetzt Gorka? Also links von Gorka. Los. Elf Uhr. Zehn Uhr. Ich will weiter vorhalten. Ja. Wir sind jetzt bald wieder in Udo. Okay. Ja, wir sind auch... ...hundert Meter weg. 200. Zombies sind jetzt erst einmal nichts. Okay, einer guckt immer bitte nach oben auf... ...auf den... ...Turm. Der Turm, da kommt's nicht hoch. Ja ja, aber einer soll hochgucken, falls da oben jetzt gleich einer rumrennt, dass wir... Okay, Zombies gespawnt, dann ist er hier. Ja. Oder halt wegen uns. Sicher. Ja. Sind die nicht von uns? Sind die nicht von uns? Von uns. Ich hätte auch gesagt... Also, wir machen mal ein Turm auf. Welches? Das ist aber auch schon Loot gespawnt. Warte, ich würd sagen... Warte, steht hier am Stieblein. Ich würd sagen, das ist vor uns, oder? Ja. Ah, das ist ein Zombie oben am Turm. Und für euch? Das war's ja jetzt. Das ist ein Zombie oben am Turm. Der ist also da, oder was? Nee, überhaupt nicht. Der ist wohl wohl nicht da. Der ist wohl nicht da. Also, from this arrow top. Irgendwann ein Spezielles schießen soll, müsste ich noch da sein. Wenn ich in die Base sein könnte, würde ich noch. Okay, warte. Du kannst mal oben auf dem Heli schießen, der da oben drauf ist. Direkt auf dem Hauptrotor. Genau. Dauerfeuer. Ob der sich immer noch nix mehr sieht. Also, wenn das passt, von der Optik her, dann mach einfach Dauerfeuer auf. Die verreissen jetzt. So, auf dieses Knubbel oben? Ja, genau. Die hier ist auch noch mal ne Tier. Ja. Ich seh keine. Hier drin. Also, wenn du an den Eingang fährst, kommst hin. Aber mach erstmal die Sinder-Dinge auf dem Boden weg, sonst fahr ich da nicht durch. Oh, heute mal hab ich nur noch 600 Schuss im Moment. Ich fang halt an. Ja, dann wer hat noch ein bisschen mehr Ammo, hier wär noch mal ne Garagentür. Die rechte Tür. Also, wir haben Ammo. Die in der rechten, die führt zu nix. Hier drin, hier drin. Wir machen gerade die Sinder-Block weg. Ja, lasst uns vor, dann mach es wie schon. Welche? Welche Tür muss weg? Äh, wenn du jetzt da reinfährst, dann links rein. Okay. Oh shit. Bei mir ist sie irgendwie noch da. Was ist die Sinder-Block? Ja. Ja, wir sind gerade dabei, ich bin 5 von 6. Die Sinder-Block kannst du auch bauen, oder wie? Ja. Wenn du sie zerstört hast, dann ist so ein Schadensmutzung. Achso, dann kannst du es aufheben, oder wie? Dann kannst du es mit ne Chance, du hast ne Chance es aufzuheben. Okay, hier werden noch ein Tor. Okay, das hab ich nämlich auch nicht. Also ich kann da nicht reinfahren, weil die Sinder-Block-Wall noch da ist. Ja, bei mir steht sie auch noch da. Also die Dinger auf dem Boden. Ja, das Ding ist, ich muss sie wegbauen, damit ich auch reinkommen kann. Jetzt liegt das Sinder-Block-Blocks. Ja, das ist wie mit der Supply-Crate, genauso. Das ist in nem SUV da draußen steht. Kannst du schießen? Ich fahr rückwärts ran. Hieß mal die Tür, Dauerfeuer rauf. Auf die links, die... Die Hals-Tür? Ja, die Eisenbahn da, genau. Kannst du voll aufhalten, ganze Zeit. Kannst du voll aufhalten, ganze Zeit. Lange denn noch? Tausend Schuss. Okay. Da ist noch ne Tür. Lass noch ne Tür. Lass noch ne Tür. Auf die andere Tür auch noch. Dahinter, ja. Kannst da reinschießen? Lass 300 Schuss nach, dann kommt Rili und ihr macht die auf. Denken sie, ich hab dann keine Mun mehr danach, ne? Ja, deswegen sag ich... Ja, lass, ich hab alle denn die ganze Munition, wir haben nur... 3.500 Schuss hab ich noch. Ja, dann lass mal die Jungs vorbei. Okay. Wie viele hast du... Ja, wir sind 200. Okay, das reicht erstmal. Ihr müsst rückwärts ran mit dem Wagen. Das ist echt wie so'n Unternehmen. Der eine fährt weg, der nächste kommt dann. So. Abrissunternehmen, ja. Ballermann und Söhne. Dann kommt er so rückwärts. Krass. Stefan, nur muggeln. Innen. So, ja. Ohne Witz, ich weiß gar nicht, warum wir uns die Mühe machen, hier die Wände in Auseinanderzuschießen. Wenn wir in Wotnik hätten, würden wir einfach nur die Steinwand kaputt fahren und hier die Holzwände wegschießen. Eine Holzwand. Und wir haben mit drin. Und die Steinwände zusammenfangen. Er ist drinnen. Er ist übrigens drinnen in der Base. Wo war er? Hat einer ne Name? Ne. Okay, tschüss, auf bis aus. Darf ich mal an die Gun ran? Darf ich mal an die Gun ran? Bei mir? Gehst du mal in... Wer? Wer schon reinkommt? Ich bin vorne. Ich bin vorne. Okay. Pass auf, es ist einer drin. Kannst du durch die Wand durchschießen? Leider nicht. Hast du ihn gesehen, oder? Ja, ich sehe ihn immer noch. Der habt ja hinten hinter dieser Baracke, Barackenähnlichen Teil dort an der hinteren Ecke. Genau, wenn ihr reinkommt... Ich bin drinnen, ja. Wenn ihr reinkommt, ist die Baracke... Nee, das ist aber... Der hat ein Bände... Also so normalen Survivor Outfit mit Dachlust. Wenn ihr reinkommt, dann hat er den... Seht ihr... Geht ihr auf die Baracke zu? Und er ist... Ja. An der Baracke ganz rechts... Also ihr müsst... An der weitesten, fernsten Ecke. Ganz hinten in der Ecke. Genau. Ihr müsst reinkommen in die hier Baracke. Also ihr müsst reinlaufen und dann einfach nur links von der Baracke laufen und dann ist er eigentlich schon rechts um eine Ecke. Und dann drauf schießen. Kannst du ihn mal weiter beobachten? Im Auto? Ja, ja. Ich beobachte. Ich gehe kurz mal rein. Ich regle das. Ich sag euch, wenn er weg geht. Ich hab die andere Ecke im Visier. Er guckt halt auf die... Auf die Seite... Nee, jetzt guckt er auf die Seite, wo du grad gesagt hast. Er guckt immer bei hinten, ja. Aber wenn du um die Ecke kommst und gleich schießt, dann... Kann das Auto ein Stück zurück... Wer ist denn da? Ja, wer ist denn da? Das Auto einmal raus. Okay. Soll ich geh ins Auto ran, okay? Ist abgeschlossen. Wo schaut er jetzt? Ich könnte nicht weiter reinfahren. Jetzt schaut er... Jetzt rennt er vor. Richtung... Richtung Auto. Sitzt er dort auf der Seite. Okay. Er guckt... Er guckt Richtung Auto. Weißt du? Damit was anzufangen, ja ne? Richtung dein Auto, ne? Er geht jetzt Richtung Schornstein sozusagen von der Baracke. Ah, wir kommen gar nicht... Und jetzt ist er... Jetzt geht er um der Ecke rum. Ne, jetzt guckt er um der Ecke rum. Welche Ecke jetzt? Also... Die wird... Die Seite wo der Schornstein ist. Ich seh den Schornstein leider nicht. Der funkt rum, oder was? Von euch aus die linke Seite. Der Ausgang, ja. Ja. Okay. Hat keiner ne Nate? Ich hab keinen. Wer fahrt mit nem anderen SUV weg? Das bin ich, das bin ich. Willst du ne Nate schmeißen? Also wenn du vorne bei der Eingangstür rum gehst, dann... Boah, ich bin tot. Ich bin tot. Fahr, 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 fahr raus. Und wo kam der? Keine Ahnung. Wie, wo stehst du mit dem Auto? Direkt vor der Tür. Okay, ich steig ein. Da gibt es jemanden. Ich glaube ich...